Dem Gastgewerbe in Südbaden fehlt der Nachwuchs. Das hat der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Schwarzwald-Bodensee heute bekannt gegeben. Allein im vergangenen Jahr ist die Zahl der Ausbildungsverhältnisse in Südbaden um 8 Prozent zurückgegangen. Im Jahr zuvor lag der Rückgang schon bei über 15 Prozent. Der Verband versucht mit Hilfe von Ausbildungsmentoren dem Trend entgegenzuwirken. Der DEHOGA fordert außerdem, die in Freiburg eingeführte Bettensteuer wieder abzuschaffen.